Wollen wir mal wieder? Ah, Tilted. Gehen wir Tilted. Sicher? Tilted? Nein, aber ich kann immer Tilted machen, Jungs. Und immer dort rausgehen. Schau, es lag! Geil! Alter! Nach 2 Sekunden lag. Ja, geil doch. Aber wenigstens habe ich nicht mehr lag. Es sind ja Tausends. Alter, es sind so viele Leute mit Tilted wie noch nie. Alter, ich habe noch nie ein Spiel erlebt. Alter! Da! Wo soll ich runtergehen? Wo soll ich runtergehen? Ja, zum Gucci Store, Jungs. Immer alle zum Gucci Store. Da oben jetzt zuerst mal einen grossen Schild. Ich brauche aber nicht. Ich muss ihn runter. Und jetzt auch einen grossen Schild. WTF hat es so viel? Nein! Halt den Luca nicht mal den Dings weg. Oder den Schild. Merci! Nein, ist schon easy. Oh, das ist meine Pumpe. Meine Shotgun. Geh mal weg, Alter! Ey, chill! So Leute, ich gebe mich einfach so von Anfang an einfach hoch. Ich habe noch 20%, wenn ich so weit runtergesprungen bin. Yes, Alter! Yes! Ich habe einen Minigun! Oh, yes! Oh, ja! Ich wollte immer mal. Hat jemand verbannt? Ja, ich. Gut. Ich habe sogar einen Medikit. Ja! Alter! Sedi, bist du eigentlich, äh... Ja, bist du eigentlich voll vom Heim oder so wie Sedi? Ja, ich musste runter springen. Ich musste. Ich musste. Da hat mir die Waffe geklaut. Ich meinte, ja, Aran. Ich meinte, ja, Aran. Ich meinte, ja, Aran. Oh, warte, ähm... Ich habe... Ich habe... Einen habe ich. Ich! Jan, Jan, Jan! Ja... Ich habe noch etwas für dich. Da, schau. Nein, ich brauche einen Minigun. Schau mal, dein... Aber was soll ich jetzt ablegen? Hä? Minigun. Hat er noch ein Minigun? Ja, eben. Das ist meine Minigun-Wixer. Rechlaut, ich mache alles. Ja, ich habe da noch etwas hingehört. Warte. So. Ey, wenn ihr mir alle Pistolen-Schüsse gebt, sonst habe ich nämlich keine Ding. Nein, ich habe keine. Schiss mich. Dürft es gehen, was? Aha, Schild. Ha! Pumpi! Aha, merci. Sicher Typ. Ah, ja, ja. Merci. Sieh. Ah, warte. Ja. Kein Problem. Äh, ich habe nur eine. Ich brauche nicht. Ich habe auch nicht. Ich habe sie gelassen und ich habe... Da vorne hat es gerade... Kommt jetzt Leute, pushen. Pushen, das Zeug. Pushen. Da oben hat es etwas Goldiges, ich weiss nicht was es ist. Es sieht aus... Hier. Eine Skabe. Da hat es eine Schraubflinte, bei mir. Da bei diesem Haus. Da kann ich nicht mehr fahren. Jesus Christ. Jesus Christ! Ja. Oh, das Medikit! Sie sind etwas schiss dahin. Hier liegen da überall Leute, halt. Da müssen wir gleich verstecken, Jungs. Schlaupte. Überall. Auf überall, Luca. Auf überall. Wow! Wow! Sie schiessen davon mit dem Sniper und so. Oh, sinds! Ah, dort oben. Wow! Wo oben? Da oben? Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, nein, nein. Ja. Ich bin mal da auf der Bande hier lassen. Ja, ich weiss gar nicht was. Wo unten? Oh, Raketenwerfer! Wo sinds? Wo sinds? Wo sinds? Ja, schön. Raketenwerfer! Hani, Hani, Hani. Hani, Hani, Hani. Warte, kommt noch mal einer, kommt noch mal einer. Ja, ja, es sind mehrere oben. Nein, Jungs, kommen wir zu mir schnell! Ich bekomme nicht mehr. Jungs, kommen wir mal zu mir! Ich habe einen Raketenwerfer! Ja, ich bin schon Mungos! Aha! Oh, nein! Oh, ich weiss ja nicht, wo ich es angeschlossen habe. Ja, aber ich weiss ja nicht, ob ich es verbunden habe. Nein! Nein! Scheiße! Sie waren doch fallen! Achtung! Geht nicht da hin, wo mein Loot liegt! Ich stelle es nach... Ab, Donnie! Achtung! Dann hat es ihnen fallen, gell? Zehdi! 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 Die kann man ja nicht zusehen! Wie viele Kills haben die gemacht? Null... Oah! Ich bin, ich bin es nahe, gesiehlt worden! Boah! Schwull! Holz euch ab! Ich schiesse vor allem die ganze Granaten an, Alter! Jetzt würde ich abhauen, jetzt würde ich weit abhauen! Nein! Tschau, lebe! Wo ist der gsi? Ah, dort oben! Jetzt kommen wir oben runter! Drei, zwei, eins! Gerade oben, dir! Gerade oben, dir! Gerade! Und, oben! Ja fuck, ich hatte so zwei Medikits. Jungs, ich muss schnell auf mich warten, weil ich schnell das WLAN resetzen muss. Ja, ist gut. Nein. Also, Moment. Vielleicht kann ich auch gar nicht raus, ich weiss nämlich nicht. Ich weiss nicht, ob ich mit dem LAN-Kabel oder mit dem MLAN verbunden bin. Ich dachte halt, ich bin halt natürlich noch die alte Shotgun gewöhnt, das heisst ich kann mal auf sie zurück wechseln. Aber ich habe halt jetzt quasi gar keinen Kontakt mit ihr gerade. Die spielt sich komplett anders. Also, ich denke mal, ich werde jetzt komplett auf die Taktische zurück wechseln. Doppelneue Pistol könnte man natürlich probieren. Teil letzter Pistol ist die neue Pump. Ich würde sagen, die neue Taktische, das ist das schon als Bräuche. Weil, ganz ehrlich, die Pump-Action, die geht ja gar nicht klar. Habt ihr das Gefühl jetzt auch? Weil, wie gesagt, ich habe einen Schuss mit ihr. Und danach, was willst du dann im Nahkampf mit jemandem machen, der eine Taktische hat? Du musst dann abwarten oder dann wechselst du dann andere Waffe. Und was, wenn du dann zurück zu der Shotgun willst, dann musst du mit ihr noch was haben. Wow, die haben die ganz schön schlecht gemacht. Und dann der Kachet mit zwei Euro, wo man so zwei Euro losgeführt hat und sagt, kommt, ach, die Kanone haben sie bereit gefunden. Ja, dann noch einen schönen Abend, Decker. Oh, dankeschön. Danke für die Spende, Mann. Und ja, jetzt haben wir sie gesehen. Aber, okay, wir müssen auf jeden Fall, was ich jetzt sofort sagen kann, weg von der einen Shotgun. Wow, die ist ja so enttäuschend gewesen. Hätte ich jetzt, hätte ich jetzt echt nicht erwartet, Mann. Hätte ich nicht erwartet. Der German Let's Junior, der hätte jetzt zwei Euro sind. Hey, ich bin's wieder, falls du mich noch vom letzten Stream geht, natürlich. Ähm, mach immer so weiter, bis der Beste, wenn du irgendwann mal keine zwei Millionen Abarthers hast, dann ist irgendwas schief gelaufen. Oh, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Ja, das sind große Worte, Mann, davon sind wir auch sehr, sehr weit entfernt. Aber, dankeschön für deine liebe Worte. Ich weiß, dass du schätzt. Okay, ich wurde gerade weggeschubst von jemandem, okay. Ich wollte eigentlich irgendwo drauf, aber, no. Was wollte ich machen? Aber, wie ein... Warte, höre mal los mit, so Videos. Bitte. The hell? Danke. Warte, mein Konto sieht gerade so scheiter aus. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie mein Konto aussieht. Aber ich habe wieder Sachen abgestellt. Ja, ich komme jetzt den Lohn über und ich komme wahrscheinlich noch ein paar Sachen, andere über. Ah, der Luca hat kein Geld, sonst würde ich mir jetzt gerade etwas verkaufen. Ja. Ich kann auch. Willst du die Uhr ein Kopf hören? Sony, hier am 2. Noise Cancelling. Nein, jetzt muss ich hören. Nein, bitte scheiße. Und der Impor, ja, Manni Uhr für 350 Franken könnte ich auch nicht, oder? Ja, easy, Vertrieb. Vielleicht möchte ich den Chris. Halt, äh, Cedi, äh, äh, jetzt stell das bitte ab. Du bist sowieso noch nicht da. Ja, aber Kollege, das gibt mir Kopfweh. Vor allem bei mir hat die Anliga Fortnite im Hänger, ich stehe jetzt mal neu. Oh. Oh. Also ich kann Solo 0. Ich habe einen Solo-Sieg. Ich habe Platz 3, habe ich... Ich habe 4. Äh, Platz Top 10, habe ich 3. Letztend Top 10, habe ich 14. Du, habe ich 3. Du, habe ich eben 0. Du, habe ich 50, Platz 12. Ja. Bei Team habe ich 37 Plätze in Top 6. Da habe ich 90 Plätze in Top 3. Und 6 Siege und 19 Plätze in Top 3. Gespielte Möss. Moment, ich sollte mich schnell einschauen. Es geht... Ich habe schon noch... Es ist halt so, ja. Es sind Türen. Den Belair finde ich lustig. Ja, der Belair ist wirklich lustig. Gegenstand stopp. Oberpeinlich ist auch nicht schlecht. Ja, der war ja schon. Der ist nicht so geil. Der Hängegleiter ist nicht so geil. Ja, ich habe den Cooler. Ich habe den Cooler. Ich warte noch für neue Spitzhaken. Ich habe mit Regenbogen. Huiiii. Huiiii. Ist der Spitzhaken geil. Sehr gezahm. Match EP Boost für Freundin. Gib ich 20%. Die büten einfach so wenig auf meinem Scheiss Zeug. So leh, da raste ich aus. Setz. Also Jungs, ich könnte mich jetzt erstmal einladen. Nein. Nein. Das Feuer sieht eben geil aus, wenn du so rausspringst. Das Feuer. Gruppenbeitrick fehlgeschlagen. Danke dafür. Das ist bei Level... Bei Level 84 ist das erst. Was? Ey, ich kann kein... Warte, ich lade euch da ein. Sieht nicht schlecht aus, ja. Ich kann kein Robben beitreten, irgendwie. Der Roboter, der ist ein Affe geil. Es geht einfach nicht. Der Roboter ist richtig geil. Platz 95. Ja, wir gehen einfach schnell zu mir hin. Ja, aber... Inzwischen, John Wick ist auch nicht schlecht. Bitte. Ja, wenn du eben den Battle Pass machst. Jetzt hör mal auf mit dem Pass, Alter. Es redet mich auf, wenn jemand kein Englisch kann. Pass. 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 Ja ganz schnell raus Gehör doch Ass Assloch So Jungs I am ready for ready for The magic door magic door Ok jetzt haben wir den lag wieder Ja easy aber da müssen wir jetzt jumpen Und zwar so sehr Jungs Wenn ihr jetzt da gerade raus auf Pleasant Also Pleasant Sorry Ich kann eigentlich stimme Sie wollen da mehr Ruhe aufmachen bei Pleasant Park Gehen wir in die vorderen Häuserei Ist gut Pleasant Habe ich ja gesagt Pleasant Nein habe ich nicht Das habe ich gesagt Hehehe ich bin in Englisch Alter WTF Ja geil Alter Kollege Was? WTF Mann Ah das ist der McCrap Ja easy Ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht Waffe Wo? Ja 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 F*** Dich, F*** Dich, F*** Dich, NEIN! Alter, zwei hauen auf mich ein! Nein, Alter, Kollege, wer hat gesagt, geh mal pleasant? Der ist sicher ein Mongo gewesen, Alter. Ja, aber am Anfang gucken immer sehr viele Leute aus, das ist ja das Problem. Gell, Sedi? Sicher! Nein, natürlich. Der ist einfach weg. Ist der Sedi der Einzige, der noch lebt? Ja, voll. Kollege, zum Glück, kann ich da ein F*** machen. Wow! Wow! Nein! Das Sedi lade ich einfach umbringen, es gibt nichts mehr. Nein! Geil, mach mal schnell noch, los! Nein, das wäre nicht besser. Ich bin tot. Ja, was? Alter, nur ein... Ein einziges... Nein! F***! Mit 3%! Sie... Ja! Und ein Peppel! Hallo? Ja was? Hallo? Hallo? Hämertfrasse! Hallo? Ah jetzt! Er hat einen Lecker. Ja Hure hat einen Lecker, du hast wirklich verarscht! Nein, es ist wirklich ein Lecker! Ich habe ihn nicht gehört zuerst! Ja Hure, ja Hure, ja Hure! Ja Hure Leute, ja Hure! Das sind einfach Scheisse! Du bist Scheisse! Ja es sind alle Scheisse, ich bin auch ein Scheisse, ich weiss! Deine Mutter ist Scheisse! Nein, nein, nein! Ich meine Mutter ins Spiel bringen! Nein, nein gegen die Mutter! Die Mutter sind die Besten! Schnell mit Deine Mutter, das ist doch die Beste im Bett! Ja, hey! かaah, Aber nicht soviel wie bei Pleasant Park Pleasant? Pleasant? Pleasant Fuck off, Alter Jetzt soll ich da nur eine Kiste halten, willst du mich eigentlich heressen? Kollege, da raste ich ja aus Jungs, ich komme gerade einmal zu euch rüber Ich bin nämlich leider nicht in die Insel gelandet Nicht Ja, und ich habe einen gebumst Uh, ich habe eine Boogiebombe Nice Die Frage ist, wie ihn juckt Yes, Alter Yes Fix Oh ja Oh Oh Schlechte Scheisse, Luca, gibt es überhaupt schlechte Scheisse? Fuck, Alter, bei mir hat es jemand Ja Das bin ich Ah nein, jetzt bist ich jemand anders Nein 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 Hey, chills! Ich habe wenigstens einen umgebracht. Einen habe ich wenigstens umgebracht. Bist du jetzt stolz auf dich? Oh nein! Oli, mein Loot! Oli, mein Loot! Weisst du, wo ist ja einer? Oh nein! Ich habe gesagt, hinter dir Kollegen! Schau, schau! Chill mal! Chill mal! Wo ist er denn? Oh! Leck mal am Arsch, ist die heisse! Leck bobi! Leck bobi! Hey Luca! Ja! Lisha ist aber auch heisse! Nein, weh, die ist hässlich! Hier hat es Tränk! Kann schon 100%, aber ist gut! Seht ihr, willst du einen Schürfsaft? Der Tier ist auch so heiss. Wow! Wow! Achtung! Das Problem ist... Wer soll ich anschreiben, Jungs? Bist du ein Ding am Schmeissen? Nein, das bin nicht ich. Oh! Oh! Bist du noch etwas trinken? Ja, das war ich. Chill! Komm zu mir rüber! Bist du noch? Bist du noch? Wie ist das? Bist du noch? 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 Ja, klar! dass bin ich mal wie Affe geil! Die Schroppflinte ist nichts! Klar, das hasse ich langsam. Wenn ich die Schroppflinte schiesse, nein. Ich hatte so guten Loot. Ja, starten. Ich habe bereits gedrückt. Ich bin zurück. Das ist ein Roll. Oder etwas anderes. Ich sag dir aber Retail. Prost. Der Can. Hey, was? Wir springen aus. Das passt nicht, Alter. Das ist eigentlich etwas. Ja, haben wir ja! Ähm. Nötig. Okay, nein, es hat schon einer. Zum Pilz, alter Kollege. Alter, es sieht überhaupt nicht auf den Scheisspilz. Nein! Schau! Ah, easy. Gut. Ja! Mit geiler Hundenhütten. Ja! Never say never! Never say yes! Alter Kollege, ich bin da in der Scheisspiegange und ich habe einfach nur Munition geholt. Nur Munition. Wie grubst du sie? Oh, ja! Oh, hm. Ich bin selber schuld. Oh! Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kann man ihn gleich ficken? Ja, schau dich, Alter. Was hast du zu viel? Ja, das ist Muni Muni. Das ist Muni Muni. Das ist Muni Muni. Ich glaube. Nein, okay. Dann bin ich jetzt auch nicht in der Binu hier. Ja, halt nicht. Wow! Nein, das war ich hier. Tschüss. Oh, ein blauer Punkt. Ein blauer Shotgun. Hallo! 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 Also, ich hätte noch einen grossen Trank. Fix, ich bin gleich bei dir. Okay, da warst du. Fuck off. Wieso hat es da nichts, Alter? Ah, fuck off. Merci. Oh, ups. Ich war nicht mehr hier. Ah, ja. Ich würde mal die Pickel noch da. Ich würde jetzt auch rausklappen. Ja, gerade bei mir. Ruh um, einen. Eine habe ich. Eine Hunde. Ich bin so weak. Noch mal einen! Ja, Jill. Nein, ich hab einen Colt. Alter, es lag! Ja, die haben etwa Verbände, Jungs. Ich kann vier leben. Ja, komm da hin. Ich bräuchte sie jetzt. Da, da bei mir. Und ein bisschen Munition wäre auch noch nice und wie so. Ja, ich kann den noch geben, ja. By the way. Für was? Äh, gerne Pumpe Munition. Hat jemand genutzt? Nein, eben nicht. 19 habe ich. Wie viele Stunden hast du? 67. Nein, für den Can. Aha, ich habe 43. Das wird endlich schon lange. Ja. Ja, das nehme ich sonst schon. Nein, warte mal. Warte mal, warte mal Can. Na warte Can. Es passt, Kollege. Da, Can, schau. Okay. Da draussen. Da bin ich. Jawohl. Merci. Ja. Farnik ist da oben. Ja. 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 Wie viele Kills haben wir, Jungs? Wie viele Kills haben wir? Null. Hey, ich habe zwei. Ich habe einen. Ich habe einen. Alter. Alter, ich habe bloß eine Munition. Warte. Wer hat so gehofft, ein grünes Salve? Danke, ja. Ich? Easy. Ah, ich? Hey, warte, ich habe es jetzt gerade gedroppt. Da. Merci. Ja, Can, komm mal dahin. Wo bist du? Da drin hetzt er schon. Oh, ja. So eine Pumpe, ja. Can. Nice. Oh, eine Pumpe. Nein, habe ich schon. Merci. Okay. So. Ja. Alles ist schön im Leben, Luca. Alles ist schön. Ja. Sex. Weiber. Gamer. Hat jemand noch Granaten? Schlimm ist die sonst nicht. Also ich habe auch ein bisschen Stahl gefunden. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ähm. Dort hat es etwas gebaut, aber die bauen nicht mehr weiter richtig. Noch 345 hat jemand gegen den Bauen. Oh, wow. Das ist voll hart. Ich kriege es. Alle in den. Friesig. Gehen dir sonst. Ja, Medikit. Wer braucht es. Äh, nein. Ist gut. Ich kann es mit. Jetzt habe ich es schon mitgenommen. Ja. Ich kann mich aber live verteidigen. Ist nicht so. Ja. Ich kann mich aber live verteidigen. Ist nicht so. Ich bin geiler. Das weisst du überhaupt gar nicht. Ich bin geiler. Ich bin geiler. Ich bin geiler. Gehen wir nachher einmal da vorne schauen. Äh, äh. Hey, ich bin geiler. Gehen wir mal weiter, komm. Leute. Gehen wir mal. Gehen wir mal. Gehen wir mal. Scheib. Hallo, mein Name ist Babi. Hallo, mein Name ist deine Mutter. Wir haben jetzt gesehen. Wir müssen so weit laufen. Wir müssen so weit laufen. Richtig Norden habe ich gehört, Schüsse. Und Sniper Schüsse. Richtig Norden. Da vorne die Leute, da vorne die Leute. Bei der Fabrik. Entschuldigung. Ich gehe rechts. Rechts Fabrik dort. Ja, Jungs, wir müssen die Polizei säkeln. Ja, und dort sehen wir andere Leute. Dort am Kampffighten. Ja, am Kampffighten. Jetzt haben wir eine Munition. Munition. Das ist noch alles, Alter. Das ist noch alles. Wow. Ja, ja. Chill. Wer ist der Dach im Kuppel? Ich. Sehr sehr dir. Oh, oh, oh. Das ist meine Munition. Dankeschön. Das hat's gar keinen Typ, Alter. Das ist meine Munition. Das ist meine Munition. Das ist meine Munition. Wo hat's im Wald? Ja, komm, wir gehen jetzt in die Zone. Ja, fix. Hool. Und wieder gehen. Dann gehen wir jetzt zurück. In die Minute. In die Arschie bimseln. Und sind wir halt gekfickt und so ist Arschloch. Pfff. Noo. 23 Leute leben noch, hm? Gut gerechnet, oder? Noch 22... Ich bin nicht in der Zone, Kollege. Nein, du... Dankeschön. Bitteschön, Arschloch, bitteschön. Sorry. Jungs, wir müssen da nicht hoch, es ist nicht in der Zone. Darf man nicht eure Ressourcen verbauen für so einen Müll? Egal, die Tina hat jetzt einen Loot Drop auf dem Baum, oder was? Ähm, 218. Wenn du willst. Das Problem ist einfach, wenn jemand anders noch kommt. Wenn sie mehrmals... Dann müssen wir fighten, bis wir mehr leben haben. Da, 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 da. Links, links, bitteschön. Ah, logisch. Ah, ha, 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 ha. Oh, das ist ein Loot. Ey, ich weiß nicht, ich kann den Loot Drop zuerst entziehen. Oh, Orgasmus. Ah, der Loot Drop ist da oben. Haha. Ja. Judy, hui. Ui, wie der oben liegt. Schau, der Loot Drop kommt genau da vorne. Aha, nein. Oh, Medikit kann ich sonst mitnehmen. Fix. Ich habe zwei. Oh, der hat sonst noch ein Medikit. Okay, ja, das weiss ich nicht was. Äh, aha. Nein, muss ich selber. Also, du kannst mir andere Waffen geben. Nein, danke. Okay, das kann ich nicht mehr sagen. Ja, und ich brauche dich sowieso für die Mini-MP, äh, auch die, äh, Munition, wo... Uh, Abursch. Oh, der letzte Zone fix tilte, der, alter. Safe. Ah, ficken. Wir sind so dumm. Naja. Was macht ihr? Ja, und ich frage dich, alter. Sie sind unten da oben und unten wieder runter, alter. Nein, eben nicht. Schade. Gehen wir noch wieder runter. Ah, fack. Falsch hattebekommen. Oh. Ah, ja, dort hinten, dort hinten, dort hinten. Das Zweite sind sie. Komm, wir gehen jetzt gleich pushen. Ups, Falsch hattebekommen. Äh. Chill. Lauf mal einfach hinten, hinten an. Okay. Ich bin der erste, der alle umbringt, so. So sieht es nicht aus. Oh, das hasse ich so. Oh. Sie sind sich jetzt gerade da oben gebaut. Ah, das sind die vierte, das sind die vierte, gell. Oh, ja, gell. Schöne, wir haben jetzt einen grossen Schild. Das ist wirklich geil. Nein, das könnte es eh voraus. Das hat den meisten leben. Also, die Jungs, wenn man es jetzt vorhin nach hinten pushen könnte, wäre natürlich nice. Ja. Sie müssen aber langsam sein, gell? Sie kehren unsere Schritte. Also, jetzt langsam. Sie beruht sich dort oben. Sie beruht sich dort oben. Hat er aber auch eine Ape von euch? Ja. Granate. Ja, ihr seid so duplene. Nein. Nein, hinter mir. Hinter mir. Nein. Wo bin ich gestorben? Wo, durch was? Hä? Ah, es hat noch mal einer gehabt. Ja. Weisst du wieso? Weil jemand voraus gelaufen ist. Genau, wo ich einen gestorben... Im zweiten Geschoss ist genau der nie. Ist zurückgekommen. Alter, der hat jetzt so einen Loot Drop. Ich habe zwei geholt. Zwei niedergestrickt. Ich weiss gar nicht, wie ich niedergestrickt habe. Ich bin jetzt Level 3. Ah, erst. Ich habe einen Busch. Äh, hehehe. Ja, ich schildere mal. Geil. Yes, Mom Freitag. Ah, Samstag schlafen. Wieso musst du am Samstag arbeiten? Ja, nur vom 9 bis 12 Uhr. Also das Problem ist, ich hätte eigentlich nicht mehr arbeiten müssen, aber gestern? Gestern Abend hat mein Oberstück da gelegt und hat gesagt, Oh, ich habe noch Familie, kannst du bitte für mich arbeiten? Oh, dann fick dich! Wenn du dich so einstellst auf ein Wochenende mit Samstag. Das ist so zu geil. Was bist du für eine junge Frau? Du musst ihn ja nicht singen, wenn es die Wahrheit ist. Ja stimmt, du hast mich mit der Lüge gekippt, oder? John, wir bringen jetzt die 3, 2, 1, raus! Danke! Da waren wir jetzt wieder. Wo ist seine Kiste? So eine Endless Virgin, oder? Nein, oder? Nein, das ist ein Schwanes. Aber ich bin am weitesten unterstehen, statt zu sein. Ich bin am weitesten unterstehenden Kollegen. Ich sehe einen Trank, das Medikit, wie mich sonst nicht runter geht. Du bist ein Wächter! Bist jetzt selber geschuld? Ja ja, nehmen wir auch mal damit da. Diese hier. Ordentlich lagts. Ja, nein, 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 ich hab einen aufgelistet, aber... Oh, hey, what the fuck? Ah, Busch. Oh, kochen wir vonGUON! Und ja! Einmal fras, Luca. Hallo? ja was hallo ja ich komme jedes mal das ding was ich verregelte zum glutsch der achi es regt die juren auf ich helfe nicht sonst die us-hz wo denen zurecht kommt jeder in der zivall noch irgendwo eine karl glaube ich wusste dass abkauern könnte der sie auch nicht bei pump Gehen wir in die Hand? Sollten wir einen hier, oder? Ja, genau. Ui! Anderen? Tschüss, das bin ich! Der andere ist am Ausrasten. Hey, kommen wir mal zu mir rüber. Letztes mal. Alter, da vorne ist ein riesen Fight. Mhm. Alter, Can ist denn da? Oh, ich fahre. Da hinten hat sie fallen, Jungs. Bei mir hat sie, bei mir hat sie. Bei mir ist einer. Der hat mich auch. Fuck, fuck, fuck! Kollege, ich will dich die ganze Zeit einbauen wie so ein Schwuchtel, Mann. Da kannst du es haben. Dantimissgeburt. Ich habe die Leute, die sich einbauen, obwohl sie sonst nichts können. Ich brauche etwas. Fuck, hinter mir, hinter mir! Hinter mir! Ja! Du, komm mal da, Alter! Silja! Ah, da! Er ist eliminiert, Alter. Entschuldigung. Fix, Jungs, fix! Fett! Da sind sogar noch zwei. Yeah, sehr schön, Jungs, sehr schön. Geben wir den Leut! Geben wir den Leut! Yeah! Geben wir den Leut! Yeah, baby! Geben wir den Leut! Oh, der Pro Schildi! Nein, der Pro Schildi, Jungs! Verkauf, ich brauche die andere. Pumpe. Oh, aber sie sind sie im CO-Fault entfallen, he? Nein, ich habe sie zerstört fallen, ist alles gut! Grüne, ja, die brauche ich, sorry! okay, nicht weg! Ich hab zwei Kills! Nein, ich hab null! Warte, bevor ihr weitergeht, ich muss noch einen Asch Outlook. Ich muss noch einen Asch ausfüllen! Ich muss noch einen Asch-Geschwind! Ja, das kann ich dann anders mal einsetzen, wenn ich dann wirklich... Habt sich bei mir. Sag dir jetzt mal, wo es der Monster-Loot an mich hat. Ich kann mal da... Geht ihr schon weiter? Da hinten, da hinten in dem Hütchen habe ich mal einen Skar gefunden, Alter. Da hinten. Ja, für ein goldiges Skar habe ich gefunden. Jetzt können wir noch einen Baum finden. Ich hätte sehr wenig Ressourcen gehabt, Alter. Mein Baum, mein Baum! Oh, Granatwärter! Boogiebomben! Wie? Granatwerfen bei mir! Boogiebomben hat es auch noch. Er hat eigentlich gar niemand mitgebracht. Ist das ein Granatenwerfer? Gut. Hat jemand von uns jumpet? Nope. Nope. Schau. Oben. Ja, ich habe ihn gefunden. Ich würde sagen, jetzt warten wir da noch schnell. Bis wir sehen, wo du nächst. Hat man etwa Schiessen? Ja, ich habe vier Schiessen. Vier Granatenwerfer. Wo bist du? Hier, schau. Ich habe ihn hinter dir. Ja. Merci. Warte, warte, ich kann noch mehr. Aha. Das ist falsch. Wow. Wow. Ich bin so verdammt. Hey, Luca. Hast du noch einen Granatenwerfer? Schiessen? Nein. Nein. Schade. Aber merci. Oh. Tank. Ich habe ihn gut gebraucht. Ich arbeite. Ich habe ihn nicht mehr so auf. Oh. 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 Nein, ich bin runtergekehrt. Ja, ich. Sniper Munition? Nein, habe ich keine. Hat irgendetwas noch zum Verwinden? Ich bin aus Versehen runtergekehrt. Komm mal da runter Luca. Nein, bin nicht. Schade. Nein, komm nicht runter, komm nicht runter, es lohnt sich nicht. Oh. Halt, ich bin so ein Mungo. Leg zwei ja auch so. Ich habe immer ja die am meisten Munition vor allem, ich weiss nicht warum. Burschen nach einem Sniper Schiss, Luca. Oh, das Medikit jetzt da, kann jemand mitnehmen? Ja. Ja, ich würde gerne eins nehmen. Einfach das Medikit, Luca, lass. Der Dober hat jetzt einen Loot Drop, Jungs. Wo? Ja, chill. Das ist weit und breit. Niemand sollte. Ah, eine goldige Sniper. Nein. Schnappe ich mir. Ich bin nicht alle gekommen, wenn ich alles mitnehme. Ich bin nicht alle gekommen, wenn ich alles mitnehme. Nein. Bullshit. Was machen die, Alter? Bullshit. Er geht da hoch. Nein, er hat gejappert. Und. Aha, nein. Oh, da hat es sich liegen. Verband. Loot Drop sehe ich. Loot Lake ist noch niemand gross gewesen. Pleasant Park hat jetzt noch eine Kiste. Oh, fuck you. Wo? In der Mitte? Ah ja. Alter. Fuck off. Den muss ich jetzt nicht verstecken. Unnen rechts hat es auch noch einen. Bei den Inseln unten rechts. Ah ja, ich sehe ihn. Warte, er ist im Wasser. Dann können wir uns fix holen. Oh, ich habe ihm 50. Ich habe ihm 50 abgezogen. Schiessen jetzt sein Zeug kaputt, Jungs. Schiessen jetzt sein Zeug kaputt. Warte. Hey, von links. Hey, Jungs, von hinten. Von hinten kommen jetzt. 180 hat es auch noch jemand gehabt. 180. Ich bin so weak. Ich bin so weak, Alter. Oh, geil. Gebe mir 14 Sekunden. 10, 9, 8, 7. Oh, jetzt hast du sogar eine Kiste. So. Ah, perfekt. Okay, ich bin so weak. Was? Warte, wie weak ist er? Wie er weak. Ey, hinter dir, hinter dir, hinter dir! HALTE! Hallo, hallo! Ah, jetzt wird er in die Mama. Hier, Achtung! Jetzt eine, Achtung! Ja... Scheisse! Die Falle habe ich nicht geholt, aber... Jetzt bin ich gerade so kurz vor dem Mäuse gewesen. Aber wirklich extrem kurz vor dem Mäuse. Ich habe schon das Gefühl... Ich hasse es mehr als du. Nein! Immer einmal mehr als die Reine! Hehehehe! Wenn du aber sagst immer zweimal mehr, dann habe ich ja immer noch immer einmal mehr! Weisst du, Alter! Ich habe gesagt... Alter! Turn down forward! Turn, turn, turn up the water! Was? X! Nichts! Ich weiss nicht! Ich meinte, dass sie dicke haben sollten. Ich glaube nicht so viel. Ich finde das richtig schade eigentlich. Dering! Wenn wir raus springen, wird gerade etwas dran. Jetzt gehen wir Retail. Ja, jetzt gehen wir Retail. Oder Salty, könnte man eigentlich auch gehen. Ja, jetzt gehen wir Salty. Das ist gerade so am Weg, Salty. Ich komme jetzt raus. Was jetzt? Salty? Ja. Oder was? Ja, Salty. Aha, Salty, ja. Salziges. Salziges. Das ist ein Salziges. Oh nein, Salziger Frühling oder irgendwas. Springe. Das gibt auch Sinn. Böööö. Hey, da unten hat es etwas. Hey, da hat es Leute, die Jungs. Schon hat es Leute? Nein, ich bin da unten. Ah ja, wow! Verwandt! Dann bin ich dort gefunden! Geil! Bei mir ist jemand drin, Jungs! Ja, das ist bei mir! Aha, jetzt zur Mitte, dann wieso kommen sie zu meinem Haus? Wer hat sich da oben hingebaut? Weiss man das? Nicht einer von uns, oder? Irgendeine Waffe! Oh, dort oben hat es einer drin, Jungs! Bei mir! Bei mir! Bei mir! Bei mir! Hey, das ist bei mir! Nein, bei mir, du Mongo! Nio! Ich bin hinter euch! Hier oben! Ah, nicht oben ist er! Nein! Ja, pushen dann! Das ist, glaube ich, ein einzelner! Ui! Wow! Eine noch nicht! Oh, warte, warte! Nein, nein! Nein! Anderst oben! Ah, ich bin überhört! Hey, Jungs! Es hat noch mehrere draussen! Es hat noch mehrere draussen! Healer! Luca! 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 Komm, gehen! Schnell! 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 Wuuu! Wuuu! Ich kann bannen! Du hast einen Heilen! 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 Easy! Ich habe einen Kilo! Hehe! Danke schön! Hey, ich würde auch noch etwas ficken! Hehehe! Der Moment, wenn du der letzte bist, der wiederbelebt wird! Hä? Hast du keinen Medikit? Weisst du, was kannst du haben, Luca? Warte! Ja, und du hast einen Medikit! Nicht die Granaten! Gib mir die bitte wieder! Hehehe! Fuck you, Alter! Hehehe! John brauchst du jetzt noch ein Medikit? Nein, ist gut! Ich nehme Verband! Ja, easy! Ich brauche einen! Ich brauche einen! Ich brauche einen Shotgun! Ich brauche einen Shotgun! Nein, ich brauche einen Shotgun! Sorry! Halt! Mit dem Busch kriege ich einfach gar nichts! Ja, perfekt! Dass mich niemand sieht! Hehehe! Hehehe! Wow! Da ist auch schon... Oh, fuck, fuck, fuck! Jungs, jemand steht zu mir! Das habe ich nie gesehen! Chill! Ah, f*** dich! It's a prank! Du musst einen Schrecken einjagen! It's a prank, Bro! Hehehe! Halt! Halt! Hehehe! 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 Dann haben wir noch ein Medikit! Ja, ich kann mir sonst mir geben! Ah, ein Medikit könnt ihr mir geben! Ich habe noch Medikits! Bei mir da! Schau! Hehehe! I'm on the way! Oben rein! Hehehe! Wenn ich das zu schauke! Okay, meiss! Hehehe! Das ist gut. Oben rein musst du noch aufbauen. Aha. Es lebt noch sehr viele Leute. Ja. Ja. Jan, schau. Für dich. Ja. Merci. Aber es ist halt noch eins. Also ich will den Platz um etwas mitnehmen. Ja, ich kriege da noch Platz für etwas. Was hat es bei dir noch? Nicht schlecht. Ja, was hat es? Granaten hat es noch gehabt. Ein Turm war schon jemand. Warte, ich will mir das noch. Ja. Er hat über die Tankstelle da schon gelootet. Nein, Jan, ich war schon da oben. Äh. Fuck, bin ich offen. Ja, falsch richtig. Ich habe doch gedacht, hä? Äh, hä, hä. Ah, fuck. Du musst ein wenig farmen dazu. Du musst farmen. Oh, wie eine Munition, Alter. Wir haben noch ein paar Granaten gesehen. Ich kann sonst mitnehmen. Ja, endlich habe ich auch noch eine feste Rumpi. Nehmen wir mal das, Ty. Bravo. Cool. Was war der Typ da vorne? Sieht das gelootet aus? Da hinten bei der Container hat es noch eine Schlürfe. Und jemand braucht. Sieht das gelootet aus da? Ne, ich weiss nicht. Ich meine, bei uns, weisst du? Ich bin eh nicht bei OER. Entschuldigung mal. Nein, ist noch nicht gelootet worden bei uns. Ah, verdammt. Ich weiss ja nicht, aber ich glaube, du bist der Einzige, der dort ist. Und ich sehe dir das ein. Ja, gut. Dann hat er alles Blut mehr. Alles Blut? Alles ganz. Ich habe noch eine Fahle. 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 Jetzt chillen Sie noch. Ich bin mir wie ein Behinderter mit dem Scheiss Busch. Nein. Ich hätte das nie hattet. Ja, eben. Sie haben mir nichts gesagt. Aber du hast mir nicht gesagt, dass du ein Busch hast. Ich gehe mal in der Mitte. Nice. Oh, Mann. Scar, predicted. Oh nein, nicht ganz. Nein, ich kann selber einfach noch. Ich brauche die Mann einen grossen. Ich brauche jetzt auch Minis da. Ich kann auch noch mitnehmen. Wir chillen jetzt. Ja, wo bist du denn, du Kollege? Jetzt links neben dran. Ja, der kommt zu uns. Ich bin gleich bei mir. Wir gehen dir nicht entgegen. Wir gehen dir nicht entgegen. Wir gehen dir nicht entgegen. Aha. Jetzt hätte ich zu uns kommen, wäre eine neue Idee gewesen. Ja, es ist alles ungelautet. Der Helzer sieht dich gar nicht. WTF, Alter? Ich habe mich gesniped. Wo sind die? Nein, da. Ah, nein. Nein. Wo ist der andere? Ah, der ist ja schon down. Lange, 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 lange. Minigang hat es da. Goldige. Ah ja, ich habe drei Medikits mitnehmen. Perfekt. Ja, schon ein bisschen. Sniper hat es da. Wird noch ein Sniper mit, sonst kann ich noch. Ja, ich habe schon eine. Seid ich Minigang mitnehmen? Hat irgendjemand noch ein Sniper, Muni? Ja, hätte ich. Ich hätte noch ein Sniper, Muni. Ja. Wo bist du? Kannst du mich ein bisschen raus... Ja, ich gehe vor deiner Nase. Merci. Oh mein Gott, wie viel... Ich habe 590 Schuss bei den Sturmgewehr. Ja. Oh. Stimmt, der ist jetzt nicht mehr so arm. Ist mir ein bisschen ab? Ah, warte. Ah, nein. Ah, fuck. Warte mal. Nein, ich habe die Felser. Nein, ich habe gemeint, ich kann dir noch Dings geben. Äh... Ein Medikit. Ich habe drei Medikits. Jeissi, warte mal. Ich kann noch. Jeissi, ich gebe dir ein bisschen. Ähm... Ja, so. Kein Problem. Wir sind jetzt mal noch ein bisschen... Äh... 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 Ja, ja. Warte mal. Jetzt stellen wir uns kurz hier rein. Hier. Ja, voll. Okay. Hey, da hinten. Auf 37 kommen wir zu mir. Gerade hinter dem Moga werden die Leute kommen. Danke. Gerade in meiner Richtung da werden die Leute kommen. Du bist wohl noch verpinnt. Ja, ich sehe einen. Lauf gerade. Vier Leute, vier Leute. Jan, komm. Woher gehst du, Jan? Ja, ich muss jetzt gar nicht holen. Ja, ich muss jetzt gar nicht holen. Sie haben den richtig krassen Lug. Sie haben im Zentrum viel krassere Lug wie wir. Oh, fuck. Ja, easy, Alter. Die Chills haben das gar 100. Was war mit dem? Ja, fuck dich doch halt. Spielverdämpfer. Also, ja. Also, ja. Ich glaube, dass du so überwaltst. Ich tue mich um ein Anzug. Ja, du. Ich habe mich wirklich geholt. Oh mein Gott. Ich habe einen Akita. Okay, jetzt müssen wir uns gleich verpissen. Ah, fuck. Sorry. Wo? Ich habe ihn, ja. Ich habe jeden Tag mit der anderen. Zwei vier. Fah. Schauweh. Wo? Wo? Ja, wir machen einfach so ein verdammtes Dach auf der Haftflug. Oh Gott. Merci. Voll komplett außenlang gefickt. Also was soll ich? Medikit abgeben. Da. Schön zu sein. Jump hat. Komm mal zu da. Ich hab noch mal Jump hat. Da zu blau. Oh fuck da zu blau. Wir fliegen. Der Lukas stirbt gerade wieder. Nimm doch die Granatenwerfer mit. Ich komme nicht bis da drüber. Vergesset den. Nein. Nein. Da gibt es ständig dieses Edis. Voll Mongos. Haben wir jetzt nicht jedes Jump hat? Doch. Da bei NW hat es noch zwei. NW. Ah verdammt. Komm komm wir laufen da einfach. Halt den. Ja der Sturm kommt nämlich. Haben wir jetzt immer noch kein Jump hat? Oder wo? Komm komm. Ja Eifi wo bist du? Ja du musst aber noch ein Eifi. Nein. Also sind gerade da vorne. Nein. Kann mir jemand helfen von unten da? Nein. Uh. Nein. 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 Achtung einer kommt. Er kommt. Er kommt. Nein. Dritter. Schon wieder. So. Immer den Scheiss Raketenwerfer. Ja. Ja. Das ist mein letztes Spiel. Für jeden Tag. Okay. Ja Jungs. Also. Ja Jungs. Also. Ist gut gewesen. Schade. Kein Sieg aber. Entschuldigung. Entschuldigung. Tschüss. Tschüss.